Zeross Blastia Sie muss etwas wichtiges enthalten Ja, das werden wir dann hoffentlich lösen Der Behälter Ja, ja, das ist doch auch nicht Was machen wir, dass wir den Schiffen nicht abhängen Ich bin so ein kleines Schiffen Ich würde sagen, dass ich nur noch ein kleines Schiffen Ich würde nur noch ein kleines Schiffen Ich würde sagen, dass wir die Schiffen verletzen können Oder? Das ist doch nicht Das ist doch nicht Ja, ich würde sagen, dass wir die Schiffen nicht verletzen können Nein, das ist nicht Ich habe versucht, aber sie hat es nicht verletzt Ja. Ja. Es ist ein Schädel. Nein, das ist nicht so. Ich sage nichts. Los! Hey! Ja, ich hätte klar das Bim. Ja, ich hab mal mit Kisten. Schafer Stab ist sehr schön und die machen wir erstmal High Five ja Reliquium ein High Rikel stellt mit unter 3% der max kp wieder her hoch hoch hinaus so muss das sein immer schön hoch zum glück zwei master mindest selber so dass sie also gleich kurz noch Das ist das, was ich? Es ist anders, was es? Es ist ein anderes, was es? Es ist vielleicht ein Wunder, was es ein Wunder. Es ist nicht so... Es ist kein Wunder. Das ist ein Wunder! Was ist das Wunder? Was ist das Wunder? Ich weiß nicht... Es ist ein Wunder, wenn man nicht so vieles ist. das zu innen ist wie ein monster gibt es ein spezielles monster bei der symphonia fahrt er jetzt noch nicht mehr dazu 10.000 geil sehr schön 108.934 jetzt kann man nicht runterrutschen nicht herunterrutschen aber pro frau runterrutschen da war doch jetzt die vierer die figur in einem namenlosen könnt ihr rüstet dich mit ihr aus und du verdienst einfach immer so viel galt da gab es das hat sich bei einem bei einer stelle in symphonia gab es eine recht gute möglichkeit galt zu sammeln war auch etwas nötig da hat man sich da hat sich die figur gelohnt hier bin ich mal gespannt ob sie das auch gibt ich könnte vieles verraten aber ich will halt nicht weil ich ja immer noch darauf warte dass da jemand weiterspiel da 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 ih na na Ich weiß nicht, was ich. Hmm... Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Wenn ich diese alten Blastia benutze, dann kann ich mich immer nach dem Meer nach dem Meer spazieren. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Hä? Was ist das? Oh Rüder hat den folgenden Titel erhalten. Null Nonsens. Null Nonsens. Okay. Wo kann ich da jetzt mal wieder hin? Ja, ich kann da hin. Ich wollte auch jetzt nicht... Ach, muss ich da jetzt auch verlassen drücken? Ja, ich kann da hin. Vielen Dank. Okay. Okay, was ist denn hier? Hinterklettern? Bevor wir das gerade angreifen, mache ich eins. Und speichern. Okay. 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 Äh... Artis? Fehlt der Zerstörung So roll! Was ist das? Schaden hat ein Heidensobjekt verwendet. Okay, das ist definitiv noch zu früh hier. Nee, das ist zu früh die Insel hier. Der Bereich ist schon schön groß hier. Das ist so cool, man. Hier ein 30. verstanden, verletzen Sie! sehr schön gemacht so, ich will jetzt hier aber nicht groß rum gucken wir suchen den richtigen Ort da hinten geht es weiter, das ist aber die Leere hier ist das Nordopolika? sieht gut aus das ist das Nordopolika? ja, der Name ist der Stuttgart Das war's für heute. Der Tag ist ein Wettbewerb, oder? Das ist ja so wichtig! Hörst du mit dem Wettbewerb und dem Wettbewerb und dem Wettbewerb? Das ist so cool. Ich möchte auch einen Wettbewerb. Du bist nicht so viel zu spüren. Ich bin so, was du schwerer. Du bist ein Mann, also du bist für die Beleus. Das war's für heute. Das heißt, der Kogol-Sabak ist noch weit entfernt von hier. Sie sind immer nach Nord-Polica in Nord-Polica. Hä? Aber im Moment gibt es einen großen Wald, oder? Es ist ein bisschen schwierig. Kannst du nicht nachher gehen? Es ist ein bisschen schwierig. Es ist sehr unheimlich, aber ich glaube, dass es ein Land gibt. Auf in den Hafen, ja! Die Kolosseumstadt Nordopolica! Oh! K... 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 Ich bin hier ein ganzes Freund. Ich bin hier ein sehr guter Mann. Ich bin ein ganzes Freund. Ich habe zu spüren, dass die Gilder ein paar Hübscher von der Waffe ist, oder? Das war der Rivia von der Rivia? Das sind die Blastia von Spielbüren. Ja, das sind die Leute, oder? Ich bin der Vesperia, ich bin der Vesperia. Ja! Was ist ein Blastia, der Blastia auf dem Weg? Ich kann nicht sagen, was ich. Ritter? Oh, ja. Dann gehen wir. Eh, woher? Wir haben uns zu tun. Es gibt Dinge, aber es gibt Dinge zu finden. Es ist ein Pferd zu suchen. Dann hast du viel Arbeit gemacht. Ja, das ist auch hier. Ich danke dir der船. Das ist alles gut. Dann lass mich auf das Flugzeug. Du bist. Dann kannst du hier arbeiten? Ich glaube, dass ich hier auch noch ein paar Sachen verwendet habe. Das war's für heute. Ich werde mit dem Mann aufbauen. Ich habe es nur mit dem Verlust. Ich denke, es ist ein Verlust. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist der Verlust? Er ist der Boss von Palestrale. Ich bin der Boss, also wir werden uns auf den Torgern gehen. Patty hat die Gruppe verlassen. Ja, doch dann sind wir wieder etwas weniger. Schade. Berlius. Berlius, was ist der Berlius? Ich habe mich nicht so gut auf die Begriffe, aber ich weiß nicht, dass ich nicht so gesehen habe. nein des herrn ein nur karl war sie dann ein kassel oder zudan kresto hat da kann oder politik am kiel druck oder chopper dom mit einer g-saner mochte die der damen männer soll er jeder anna g-san was ich trüge die 10b jahre ist ja noch sie mit ane Das ist zu einer Ruhe, je nachdem ist doch Beisammflieg schon eine Seele. Möchtet ihr einen Tipp? Ich zeige mal in Amazing Enthusiasm. Ihr seid heute meine erste Kunden. Meine Vorsorge treffen in letzter Zeit nicht gerade in Schwarzheim. Jetzt steht in Feinlettern auf der Rückseite. Loop, exzellenter Schwertkämpfer, schwieriger Körper. Geübt, Tier, geübt in phonischen Art. Das verbindet Projektive. Jade, bewandert in Arthes und in Umgang mit Sperren. Anis, geübt in phonischen Art. Geig, wachsam und agiert, schwache Verteidigung. Natalia, exzellente Wohnenschützen, sehr gut mit Erholungsartes. Ash, sieht immer wütend aus. Okay. Muss man sich wahrscheinlich mal irgendwie speichern, tatsächlich. Hallo und guten Abend. Ist das dein erster Besuch beim Kolestierung von Nordopulga? Zum Kolzen geht es geradeaus Richtung Norden und dann die Treppe hinauf. Verstanden? Das ist mein erster Blutof hier. Das hier überhaupt, hier kann man ja so leicht runterfallen eigentlich. Jo, zack, zack. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ich kam nach Desia, um nach dem Ursprung von uns Kretia in den Westen zu suchen. Aber der Bergfahrt ist verschüttet und ich musste meinen Plan aufgehen. Man muss überhaupt nichts aufgehen, man muss nur Alternativen finden. Ich werde nochmal das Kolosseum hier. Komm. So. Oh. Da ich hier gerade den Speicherpunkt sehe, werde ich diesen auch nutzen. Und zack, aber diesmal auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn. Daher. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.